Und den ersten deutschsprachigen Film habe ich hier in Wien gedreht, zu der Zeit, wo ich Axel Lander-Hemmels-Tür im Theater gespielt habe, der Film Premiere. Du lügst ja schon wieder. Und so wunderbar ungeschickt. Und darüber freust du dich? Und wie? Jetzt weiß ich's wenigstens ganz bestimmt. Was weißt du? Doch eines Tages trifft man die Eimer, dann gibt man alle dafür. Küst man die Eimer, dann küst man alle Frauen in ihr. Und sind ihr tausend andere auch ähnlich? Man hält sie selbst für Frau Venus persönlich. In allen Frauen sucht man die Eimer, ob es die gibt, weiß man nie. Drum küsse Allah und wenn du Glück hast, findest du sie. Ich war vielleicht noch nie verliebt, alles war nur flirt, nur scherz. Ich war noch nie zu Tod betrübt, nie war voller Glück mein Herz. Und was fängt man am Ende mit dem Herzen an, wenn es keinen gibt, den man es schenken kann. Ich war vielleicht noch nie verliebt, weiß nur, dass es schön sein kann. Ich war einfach noch nie zu. Ich war bestimmt für mich nicht. Ich war einfach noch nicht mehr so. Ich war einfach noch nicht. Sie müssen nach dem Tod sehen. Ich war einfach nicht. Dann bin ich nicht. Und was wir sind noch nie zu. Wir haben noch nie zu! Es ist langsamer. Und was fängt man am Ende mit dem Herzen an? Wenn es keinen gibt, dem Mann es schreckend darf. Ich war vielleicht noch nie verliebt, weiß nun, dass es schön sein kann. Meine Stimme habe ich nie versucht zu ändern, das ist nicht eine Bassstimme, sondern das ist ein Kontraalt, mein Aussehen kann ich auch nicht, aber man will auch nicht. Und so bin ich und so bleibe ich. Yes, Sir.